das andere schießt dann auch gleich in die höhe schütten noch einmal in die tipp da ist gar kein start hier das geht richtig schnell jetzt das gefällt mir so ende des jahres okay da kannst du gleich mal hier hoch gehen wo haben wir denn noch festungen das die armee von dem ist kaffee ist aber besser finde ich so waffen stehe da ist sehr gut Das ist ein Käfen Beluschistan. Irgendes Beluschistan. Kommt keiner mit? Schulden. Bahamels könnte mitkommen. Ich muss die Schulden übernehmen. Machen wir das mal. Da könnte die sich nämlich um Beluschistan kümmern. Nicht dein Ernst, oder? Ja, ja. Albanien in den Krieg erklärt. Oh, nee, oder? Jetzt habe ich da die Schulden übernommen. Aber kommt nicht mit in den Krieg rein. Die wollen mich doch verarschen. Darf denn nicht wahr sein? Das wird leider auch nicht reichen. Ich befürchte ich. Leider nicht. 20 gibt es. Das ist okay. Oh. Da ist kein Berater drin. Kann ich eigentlich nicht befördern, ey. Das ist so sinnlos. Ah, shit. Hätte ich das nochmal machen können. Oh, nee. Das ist keine Hauptstadtregion, glaube ich. Nee. Okay, dann. Ist das nicht so schlimm? Ah, Baukosten hätte ich machen können. Ja, voll vergessen. Nervig. Moment. Ah, schade. Mögen nicht. Wir erobern mal... Schatz, also. Zahndienstbums. So. Aufi. Haben hier die Festung. Die ist gar nicht eingeschalten. Ah, verdammt. Nicht aufgepasst. Oha. Hallöchen. Blau. Okay. Direkt mal die Festung gesprengt, glaubst du es denn? Hau mal. Hau mal. Hau mal. Hau mal. Hau mal. Hau mal so. ist einfach zu gut glaube ich politische an den krieg erklärt war ich nichts dagegen irgendwo eine festung rumstehen ja 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 Ja, ja. Okay. Oh, direkt die Armee gewiped. Sehr schön. ist eigentlich genau die falschen generäle die ich da drin habe aber ist ja egal der lagern ja passt hallo schön Nice, nice. So, Belutistan ist jetzt natürlich ein bisschen unpraktisch. Könnte ich jetzt eigentlich die Armee mal rüberziehen? Ah, hallo. Krieg ich dich? Wer sind das? Was ist denn? KF. Okay. Ich seh dich. Ich muss seine Rekruten-Reserven auflösen. So. Berge. Berge ist nicht schön. Das ist auch nicht so optimal. Das ist Trockenland, das passt. Holen wir uns erstmal die Festung, würde ich sagen. Hab dich. So, wie machen wir das jetzt? Der muss da rum, auf jeden Fall. Jetzt machen wir mal anders. Nehmen wir das Schiff am besten. So, wie machen wir das jetzt hier? Was machen die denn? Tun ihre Armee rüber schippern. Interessant. Ach, das hier nervt. Ganz gewaltig. Ganz gewaltig. So. Da müssen wir uns gleich schon um die Armee kümmern. Geschäfte mit Juwälen. Geschäfte mit Juwälen. Ja. Nehme ich doch gern. So, irgendwo. Ach, da oben. Genau, dann geht ihr mal die Hauptstadt belagern. Ach, da oben. So Schlecht pause pause so sind meine truppen da drüben habe ich ganz vergessen schon die festung fällt auch nicht ja es ist ja mal überhaupt nicht nervig ach das war mir dann eine planänderung festung ist gefallen sehr gut da sind irgendwelche rebellen so und der geht mal da rein sehr schön ja bestimmt kein bock mehr oder habe ich so das gefühl was ist das da oben das geht an mich und meine provinzen wieder befreien ein bisschen da kommen wir rechtzeitig an ach nö oder kleinsäcke komplexe stein ernst das kostet wieder kronen oder sehr ohne ende mann 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 ok das dauert nur noch ein weichen hier obwohl er ganz gut belagert eigentlich er verpieselt sich erwischen wir dich schade schade was könnte man denn theoretisch alles nehmen das kostet noch macht irgendwas das hier wahrscheinlich oder ja ich weiß mir gar nicht was man nehmen soll auf jeden fall auf jeden fall mecca medina eigentlich auch es reicht nicht ach alles so teuer so könnte man es machen vielleicht mal gucken aber schon teuer die heimatregion das wird wenigstens zu schnell was werden multikoderei würde vielleicht noch gehen ne da fehlt uns eins schwierig ist das teuer das tut mir nicht alles so ein bisschen absolutismus so ähm so viele provinzen sind es gar nicht verrat annehmen das ist nicht nett irgendein general ist gestorben der da das ist nicht toll so dann haben wir die ecke auch besetzt da dauert es noch ein bisschen da auch oha wo kommt ihr denn alle her da muss ich ja glatt mal noch eine armee hochschicken ja genau so einmal sammeln bitte wo wo was denn ist hier so einer sanarische da muss ich euch mal entgegen kommen hier ist das schwierig so wenn ich mal die klein noch ausbekommen würde wäre das super so pause jetzt habe ich dich ich ich schulde einen rekruten dass er verloren habe das ist nicht schön ja genau kommt zu mir danke so gut sogar ein dreier general mal ne 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 du gehst doch mal nicht rein ach die scheiß nationalisten nerven grad ein bisschen wo ist ja richtig viele was sie noch haben die haben wir noch mal ordentlich ausgewogen hier ich habe irgendwas erfüllt erfüllt die schatzkamera inflationsreaktion nehme ich doch gerne ja wie groß sind die eigentliche 113 okay das bringt mir schon mal nichts Hätte gern alles. Geht leider nicht. Ach, diese scheiß Festung fällt auch nicht, ey. Ah. Adligere Bällen, na ganz geil. So, die hat auch gleich keinen Bock mehr. So. Schaut es nicht aus, könnte es jetzt mal fallen langsam? Ich könnte jetzt natürlich die Küste nehmen, und zwar möchte ich das, eigentlich nicht so. Muss sie jetzt nicht sein. Diese blöde Fasino fällt nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.